Die Rolle von Kindern bei der Übertragung von Coronaviren ist bisher offenbar überschätzt worden. Österreichische Lungenspezialisten weisen darauf hin, dass sie keine Viren schleudern seien, so wie es heißt. Nicht nur sei die Zahl der angesteckten Kinder gering, sie würden das Coronavirus auch weit seltener übertragen als Erwachsene. Die Gründe dafür sind noch nicht wirklich geklärt. Strenge Corona-Maßnahmen derzeit in Schulen und Kindergärten, obwohl feststeht, dass Kinder weit seltener Träger des Coronavirus sind als Erwachsene. Sie werden also offenbar seltener angesteckt. Das bestätigt auch der Präsident der österreichischen Gesellschaft für Lungenheilkunde. Es ist auf jeden Fall so, dass Kinder seltener angesteckt werden. Es ist so, dass ungefähr 8 Prozent aller Infektionen mit diesem Coronavirus, die bisher in Österreich stattgefunden haben, bei 0 bis 14-Jährigen zu verzeichnen waren. Und es sind, wenn man die nur 0 bis 5-Jährigen betrachtet, sind es sogar nur 1,5 Prozent. Ein Grund dafür scheint zu sein, dass Kinder eine weit geringere Zahl ganz bestimmter Rezeptoren in ihrer Nasenschleimhaut haben als Erwachsene. Das Virus braucht diese Rezeptoren, um im Körper andocken zu können. Diskutiert werden aber auch noch weitere Gründe. Das ist auch eine der Annahmen, dass Kinder, die hier sozusagen immer wieder mit neuen Viren sich auseinandersetzen müssen, sich vielleicht auch mit einem Coronavirus besser auseinandersetzen können, weil sie eine sogenannte trainierte Immunität haben. Kinder werden offenbar aber nicht nur seltener angesteckt. Sie geben das Virus auch seltener weiter. Das belegen Studien in Australien und Irland. Also kaum ein Kind ist von einem infizierten Kind angesteckt worden. Es waren eher die Lehrer, die hier die Kinder angesteckt haben oder die Lehrer untereinander, die sich angesteckt haben. Die strengen Vorsichtsmaßnahmen in Schulen und Kindergärten hält der Experte allein schon deshalb für richtig. Und er empfiehlt die Grippeimpfung auch für Kinder. Denn bei Grippeviren seien Kinder nicht weniger empfänglich, ganz im Gegenteil. Hier sehen sie sogar besonders häufige Überträger.